Servus Freunde und Herzlich Willkommen an meiner Meinung nach live! Ich bin schon mal runter gegangen aus dem Turm und wir sind jetzt dabei den G.I.E. zu kontaktieren. Aber wo ist die Frage? Soll ich mich wieder hier oben hinstellen und dann geklinge ich? Ich habe hier auf der Karte auch kein Symbol, wo ich das machen soll, muss, können, tun. Dann gehen wir... Kontaktiere den G.I.E. Aber wahrscheinlich wenn ich kurz vor Reis bin, dann werde ich das wahrscheinlich erst machen können. Du solltest eigentlich drei Kilometer fliegen. Das war der Plan. Aber nein... Ihr habt's mir versaut! Du bleibst genau da, wo du... Tod getreten! Yes! Oh, wir haben ja schon gleich wieder eine Kraftstufe voll. Dann gehen wir erstmal zu dem Haus dahinten, wo roter Rauch rauskommt. Warte mal! Klappt das? Nein! Leute! Wir können über alles reden! Aber zumindest kann ich über alles reden. Ich weiß nicht, ob ihr reden könnt. Ich glaube, ihr könnt nicht reden, ne? Ja! Das ist gut! Du brennst! Schönes Ding! Wenn ich war so ein Stückchen herlaufen, brennen die dann alle. Ja, Mannen! Aber hoffentlich sterbt ja! Was war das denn? 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 Oh Gott 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 Gottsoldat So, Freunde. Jetzt kann man hier oben alles entspannt bequatschen, na? Habe ich jetzt keinen Bock mehr? Was ist denn da��ailleurs hinter mir? Du bleibst am Boden liegen, du Pursche. Lecker. Lecker. So. 300 Meter. Man kriegt relativ schnell Überlebensränge, würde ich mal meinen. Toll. Super. Du rennst jetzt hier nicht weg. Hey, Junge. Ich könnte ja abwählen, aber ich habe keine Lust, weil ich dich einfach nur umbringen möchte. Oh Gott, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. So, den bitte nicht zu weit weg. Alles klar, danke. Okay. Aua. Es ist gut. Da kommt auch noch einer. Kommt der hier unten durch. Der kommt auch drüber, hier war's. Ja, logisch. So, dann lass mich jetzt mal plündern in Ruhe. Schweinebacken hier. Was willst du eigentlich? Hey, Zombikunst machen. Ist das nicht hübsch aus? Ist das nicht hübsch? Zombikunst. 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 Einfach mal abhängen. So, der hatte doch aber auch bestimmte Waffe dabei. Mann, jetzt. Du gießt mir so dermaßen auf den Sack, du blöde Bitch. Du blödes Sack. Ja, der Typ komme ich ruhig nochmal schlagen. Hat er einen frei. Was? Was hast du? Du blöde? Hier. Du darfst explodieren. Du solltest mich heilen. Du bist da tot. Oh Gott. Gut. Ich hau jetzt erstmal ab hier. Den tut es mir irgendwie ein bisschen leid. Also, den habe ich ja echt erwischt. Den habe ich echt eiskalter bestinkt. Aber hier hinten ist irgendwas. Geld. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Mann, ey. Was ist das? Uns fehlt mir. Das wird noch ein bisschen Geld. Du wiese Sau. Arsch. Nein, weg. Anzeig. Anzeig. Du bist tot. So, hier hinten war noch ein... Krankenwagen. Ich muss die Waffe reparieren. Bleib bloß. Ich habe gesagt, dass ich fliegen bleibe. Ich muss jetzt einen Dropkick so dermaßen wie frisst, dass du dagegen die Wand fliegst. Ach, einfach. Das wäre einfach, dieses Schloss zu knacken. Vielleicht doch so. Vielleicht noch ein Stück hier. Oh Mann, komm schon. Bricht doch nicht immer ab. Ja. All in. Yes. Ich bin voll dabei. Jungs. Jetzt sperrt mich doch hier nicht ein. Ah, hier ist was. Hier ist was. Aber hier komme ich nicht rein. Die Tür kann man, glaube ich, nur von innen öffnen. Shit chrome. Aber wie machen wir uns jetzt auf dem Weg zu dem Typen, der da röten Rauch hat. Ist es hier? Ist das wie ein Flohmarkt. Ich hätte gern die Dinge. Und wie viel bezahlen wir? 2,50. 1,50. 2,50. Okay. Ich dachte jetzt, was ist hier los? Wahnsinn, wer seid ihr Freunde? Könnt ihr was für mich tun? Wie kommen wir hier raus? Weiß ich nicht. Hey, folgt dir die Nachricht. Danke. Ich nehme einfach alles mit. Ist mir egal. Sicherheitszone verlassen. Ach, das war eine Sicherheitszone. Okay. Für mich sah das aus wie irre Leute, die sich denken. Und wir setzen uns einfach mal irgendwo hin. Der Typ, das aus der Entfernung gesehen, das ist ja sogar noch hinter einem Berg. Du jung, das ist ausgewichen. Ich weiß nicht, inwiefern man ein Zombie töten kann, aber ich habe es gemacht. Ich habe es gemacht. Da kenne ich ja nichts. Lass mich mal wieder in Ruhe. Ich wollte hier nur ganz einen Spund aufheben. Da war es doch. Hey, Freunde. Oh, wartet. Oh, wartet. Oh, wartet. Oh, warte, 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 warte. Nein. Nein, nein, nein. X, X, X. Oh, warte, 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 warte. Oh, warte, warte, warte. Das gibt ordentlich Überlebenspunkte, ne? Ja. Brennt, meine Lieben, brennt. Oh, warte, ich glaube, der war überflüssig. Oh, schon viele Punkte, 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 Punkte. Da war es doch. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Ich bin drin. Edelsteine, Wahnsinn. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Entschuldigung, ich habe meine Freunde weggemacht. Ja, es tut mir schon so... Nee, eigentlich nicht. Es tut mir nicht mal ein bisschen leid. Ah, was habt ihr alle hier so dabei? Also, aufs Geld könnte ich ja verzichten, aber der Rest, der ist mir wichtig. Das war schon wieder so ein Kotzer. Gamebot. Verleben. Oh, ich dachte jetzt, weil du fliegst. Das ist tot, endlich. Und wir haben einen Polizeiwagen. Und wir haben, glaube ich, ein bisschen Zeit. Oh, wir haben keine Zeit. Wie kannst du bitte noch leben? Es ist ja wahnsinnig. Leck mich. Ich weiß nicht, ob er das nicht irgendwo hier hat. Ach, da. Hopp. Uh. Ein Ritter. Ein Hackebeil. Uh. Wie hat der Typ denn bitte vom Turm aus gesehen, dass da hinten Rauch ist? Der ist doch nie oben. Der ist immer unten. Also, wenn ich das beurteilen kann, bitte. Das ist ein DIY-Paket. Kannst du schon? Offen, aber trotzdem noch was drin. Finde ich schön. Da haben sie ein bisschen an mich gedacht. Hört, keine von ihr. Nein, 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 nein. Ey, ist das nicht dein Ernst, dass du mich hier die ganze Zeit rumschubst? Leute, Leute, Leute. Schöne. Wir können doch nicht mehr einig werden, oder? Alter Schwede. Ich soll doch öfter mal eine Waffe werfen. Ich sag's mal so, solange ich überlebe, bin ich gut, oder? Lebst du noch? Habst du mich immer aufgetramt? Okay, cool. Hier sind keine von euch. Ich suche diese blauen Säcke, dass man aber drauf lassen kann. Nö, dann krummel ich hinten runter. Oh, kein Problem mit. Oh, ein Wups. Junge. Na, endlich. Ich dachte schon, du kommst nicht mehr. Lass weiter, Roten, rauch in die Luft und du bekommst die verrücktesten Besucher. Ich hatte nur noch Rot. Egal. Du bist hier, also hat's funktioniert. Bring diesen Umschlag in den Bazar zu Aziz. Sag ihm, Ryan schickt dich. Roter Phosphor, Lauge, Jod, Salzsäure, Diäthyläther, Nitrophenol. Klingt nach einem interessanten Süppchen. Was machen die? Lena, Crane hier. Hörst du mich? Crane, hier ist Aman. Lena ist beschäftigt. Kann ich helfen? Jemand will, dass ich ihm Roten Phosphor, Lauge, Jod, Salzsäure, Diäthyläther und Nitrophenol besorge. Dieser jemand hat ganz offensichtlich vor, Slam herzustellen. Ein Junk-Amphetamin. Raids Leute putschen sich damit auf, um mehrere Tage wach zu bleiben. Schattenjäger sind Schoßhündchen im Vergleich zu jemandem aufs Lamm. Ich sollte diesen Typen aus dem Verkehr ziehen. Um ehrlich zu sein, könnten wir das Nitrophenol dringend hier im Labor zur Desinfektion gebrauchen. Unser Vorrat ist aufgebraucht. Ich soll die Zutaten also abholen? Genau. Komm danach zum Turm. Ich weiß, wie wir den Kerlen einen Strich durch die Rechnung machen können. Wir tauschen einfach das Dings mit Wasser aus. Yay! Tunnelblick. Drücken Sie es hier, um die Fährt aufzunehmen. 200 Meter nach da. Ja gut, ich muss da irgendwo hin. Ich muss da irgendwo hin. Aber wir haben da eine super Waffe gefunden gehabt eben gerade. Bei 81 Schaden. Ein Beil. 81 Sch... Alles ist schlechter, ich habe aber die Gartensicherheit ist voll im Arsch. Die ist voll im Arsch. Geh mal gleich. Verkloppen wir. Nehmen wir ein paar auseinander. Na gut, Freunde. Dann haben wir unseren Freund hier in der Folge besucht. Und in der nächsten Folge werden wir Tunnelblick machen. Peace. Nu gibt's. Danke.